Mein Name ist Marco Santoro. Ich bin Personal Trainer. Sport ist meine Leidenschaft. Sport bedeutet so viel mehr, als du glaubst. Ich weiß, dass Sport das Leben eines Menschen verändern kann. Er wird auch dich verändern, dein Denken, dein Handeln. Mein Traum ist, dass du und alle anderen dieses Geschenk für sich entdecken. Alles, was du damit gewinnst, Leidenschaft, Freude und Mut, werden dir ein besseres Leben bieten. Du wirst stark werden im Alltag und in Zeiten, in denen es mal nicht so gut läuft. Sport lehrt dich, für deine Ziele zu kämpfen und gibt dir die Möglichkeit, alles mit mehr Leichtigkeit zu bewältigen. Egal wo du bist, wo du herkommst oder wo du gerade stehst. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.